Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, warum der Computer-Virus Trojana überhaupt Trojana heißt. Und zwar fragst du dich vielleicht, wieso heißt der ganze Spaß so? Ich verrate dir das in einer Geschichte und danach werde ich die Vergleiche zur Computerwelt aufzeigen. Es begann alles mit den Spartanern und den Trojanern, zwei Völker, die sich bekriegten. Troja war eine Stadt mit einer sehr starken Festungsmauer am Ufer eines Strandes. Die Spartaner sind mit den Booten angereist und wollten Troja einnehmen. Troja schien aber unbezwingbar und so kämpften sie viele Schlachten. Troja hatte immer weniger Lebensmittel, denn ihre Lebensmittelzufuhr wurde abgeschnitten und die Spartaner wurden auch immer schwächer, denn die Trojaner haben ihre Anzahl von Kämpfern sehr stark dezimiert. Ihm blieb nicht mehr viel über, nach langer Zeit kämpfen, als den Rückzug anzutreten. Doch die Spartaner waren clever. Sie täuschten ihren Rückzug vor, ladeten ihre Sachen in ihr Boot, kämpften nicht mehr und machten den Eindruck, als würden sie abziehen. Nachdem die Trojaner das eben mitbekommen haben, feierten sie ein Fest. Sie fanden auch am Strand nur noch ein Pferd aus Holz vor. Dieses Pferd war riesig. In diesem Pferd war Getreide und, was sie aber auch nicht wussten, in diesem Pferd waren auch einige Männer versteckt. Da die Trojaners schon sehr gehungert hatten, wollten sie natürlich das Getreide für sich haben und nahmen dieses riesige Holzpferd mit in ihre Stadt. Sie verschlossen die Tore und feierten erstmal ein Fest. Viele waren betrunken, viele haben geschlafen und der Sieg scheinte wie gewonnen. Doch in der Nacht brachen aus diesem trojanischen Pferd die Kämpfer von Sparta aus, die sich in diesem Pferd versteckt hatten. Sie öffneten die Tore und ließen eine ganze spartanische Armee angreifen. Dadurch, dass die Tore offen waren und es Nacht war, konnten sich die Trojaner nicht schützen und Troja wurde in einer Nacht übernommen. Es wurde alles niedergebrannt, keiner wurde am Leben gelassen und es war ein großer Verlust für Troja. Die Spartaner haben Troja eingenommen und haben es eben geschafft, diese Stadt, die als uneinnehmbar galt, einzunehmen. Wie haben sie das jetzt geschafft und was ist der Bezug zum Computer? Angriff durch eine Einschleusung und genauso sieht es auch mit unserem Computer-Virus aus. Trojaner verstecken sich oft als Cracks, K-Gans und viele andere Dinge oder einfach irgendwelche Programme, Hilfsprogramme, teilweise sogar auch als Virenscanner. Auf jeden Fall geben sie sich nicht aus als das, was sie wirklich sind. Wie damals das Pferd in Troja. Dieses Pferd war nämlich auch nicht einfach nur ein Geschenk oder eine Opfergabe an die Trojaner. Nein, es war ein geheimer Angriff. So auch bei den Computer-Viren. Sie schauen, wie gesagt, anders aus als normale Viren, damit die Nutzer eben drauf reinfallen, diese Software auf ihrem PC installieren und dann installieren Trojaner eben Software, die dann die Türen für einen weiteren Angriff öffnen. Oder sie schicken genau die Daten einfach raus, die der Hacker haben will. Wir können uns vorstellen, dass das spartanische Pferd eben der Virus ist oder der Trojaner. Und Troja ist unser PC, der von innen aus angegriffen wird, da unser PC sehr stark geschützt ist von Angriffen von außerhalb, durch eine Firewall vom Router. Ja, das ist die Geschichte von Troja und so ist auch das Entstanden der Name von Trojanern, denn sie haben dasselbe Prinzip und das wird auch noch lange so weitergehen. Es wird immer wieder Tricks geben von Hackern oder auch von Kriegsführung, je nachdem. Auf jeden Fall solltest du auf der Hut sein und immer etwas misstrauisch sein und aufpassen, dass du dir kein trojanisches Pferd auf deinen Computer herunterlädst. Denn sonst kann es sein, dass es dir wie Troja geht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass doch ein Like da und ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Video. Peace. 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 Peace.